Heute machen wir was für die Abkühlung und zwar Eis, Kaffeegeschmack, Kakao. Lasst euch einfach überraschen und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unterm Video in der Infobox. Wir brauchen jetzt erstmal löslichen Kaffee, Zucker und eigentlich kochendes Wasser. Ich nehme jetzt aber ganz heißes Wasser. Und das schlagen wir jetzt richtig schön auf. Jetzt geht es weiter mit Eis eurer Wahl. Dann drücken wir das Ganze hier so ein. Dann geben wir etwas Milch in unsere Kuhle. Dann unser Kaffeegemisch. Also am Anfang denkt man, das wird überhaupt nicht schaumig. Da wundert euch nicht, das dauert halt einen Moment, bis das schaumig wird. Aber es wird. Und dann geben wir noch ein bisschen Kakao oben drauf. Man kann das natürlich auch für Kinder machen. Dann kann man ja einfach Kakao ins Eis reingießen und Schlagsahne zum Beispiel drauf machen. Dann ist es natürlich auch was für die Kinder. So, und jetzt probieren wir mal. Also einfach mal von allem etwas. Ist jetzt im Prinzip nichts Neues, nur die Technik fand ich irgendwie ganz witzig. Vor allem dieses Zwischendingen. Zwischen dem eiskalten Eis. Das ist so lecker. Ich mache es kurz und knapp, bevor mir das Ganze schmilzt. Also macht es nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.